Ich fahre mit dem Bus. Ich fahre mit dem Bus. Ich steige in den Zug ein. Ich steige in den Zug ein. Ich steige aus dem Zug aus. Ich steige aus dem Zug aus. Ich nehme die Linie 2. Ich nehme die Linie 2. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto. Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video von Sternwettergarten. Heute geht es um das Thema Sommergarten. Mit der Straßenbahn brauche ich zu lange. Mit der Straßenbahn brauche ich zu lange. Ich fahre mit dem Taxi. Ich fahre mit dem Taxi. Wann kommt der Zug? Wann kommt der Zug? Der Zug kommt in 10 Minuten. Der Zug kommt in 10 Minuten. Ich fahre mit dem Fahrrad. Die Straßenbahn nehme ich nie. Ich fahre immer mit der Straßenbahn. Und du? Ich fahre immer mit der Straßenbahn. Und du? Die Straßenbahn nehme ich nie. Die Straßenbahn nehme ich nie. Möchtest du morgen mit dem Auto fahren? Möchtest du morgen mit dem Auto fahren? Nein, ich fahre lieber mit dem Bus. Nein, ich fahre lieber mit dem Bus. 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 Auto. Ich auch nicht. Ich benutze immer das Auto. Ich halte die Zahnpasta. Ich halte die Zahnpasta. Ich halte die Zahnbürste. Ich halte die Zahnbürste. Ich putze mir die Zähne. Ich putze mir die Zähne. Ich wasche mir die Hände. Ich wasche mir die Hände. Ich wasche mir das Gesicht. Ich wasche mir das Gesicht. Ich föhne mir die Haare. Ich föhne mir die Haare. Ich rasiere mir den Bart. Ich rasiere mir den Bart. Ich wische den Spiegel. Ich wische den Spiegel. Ich putze die Toilette. Ich putze die Toilette. Ich wische den Boden. Ich wische den Boden. Ich nehme ein Bad. Ich nehme ein Bad. Ich packe das Paket aus. Ich packe das Paket aus. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Wie komme ich zum Bahnhof? Wie komme ich zum Bahnhof? Sie müssen mit der Linie 2 fahren. Sie müssen mit der Linie 2 fahren. Wo finde ich eine Bushaltestelle? Wo finde ich eine Bushaltestelle? Ich habe leider keine Ahnung. Ich habe leider keine Ahnung. Ich habe leider keine Ahnung. von Ulster? D Конечно. Ich habe leider keine Ahnung. Vielen Dank.